Online ist das neue Online. In den zwölf Jahren meiner Tätigkeit als Startup-Managerin von Medienfirmen, da war ich die E-Mail-wahnsinnigste Frau aller Zeiten. Zwölf Jahre lang lebte ich quasi in meinem selbstgezimmerten E-Mail-Hamsterrad und ließ mir von der E-Mail, von der nächsten E-Mail sagen, nicht immer, aber doch zu oft, was ich als nächstes priorisiere und viel zu selten von meiner eigenen Agenda. Was ich gemacht habe, um das zu ändern, war, ich habe die Regeln geändert und habe ein Buch geschrieben, und zwar schon vor zwölf Jahren. Das Buch hieß E-Mail macht dumm, krank und arm. Und wurde 2011 ein Bestseller. Was mich heute entsetzlich entsetzt, ist, dass zwölf Jahre später und zig Studien später, die allesamt beweisen, dass der Einsatz von Mails in der Unternehmenskommunikation das ineffizienteste ist, was man sich selbst, seiner Gesundheit, seinen Nerven, seiner Arbeitsmotivation und am Ende des Tages natürlich auch dem Jahresergebnis antun kann. So viele Studien gibt es zu dem Thema. Seit Jahren, die das beweisen. Mein eigenes Buch dazu ist zwölf Jahre alt und es gibt immer noch viel zu viele Unternehmen, deren Hauptkommunikationskanal E-Mails ist und die damit leben, dass sie selber und ihre Mitarbeiter täglich in diesem E-Mail-Hamsterrad straucheln. Das liegt jetzt nicht per se am Medium. Die E-Mail kann nichts dafür, was Menschen aus der E-Mail machen. Und was machen die daraus? Die machen E-Mail-Wahnsinn draus, CC-Petzerei und lassen sich von jeder Mail sagen, was sie als nächstes tun und von der Dauerablenkung sagen, wohin sie ihre nächsten Schritte lenken. Du weißt, was ich meine. Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Ich will dich da rausholen. Aber man muss wirklich wissen und deswegen entsetzt mich das so, es gibt eine brandaktuelle Studie vom Think Tank Berlin für letztes Jahr. Da wurde ausgerechnet, was allein der deutschen Wirtschaft an Produktivität verloren geht durch unnötige E-Mails, durch Dauerablenkung durch E-Mails in Kombination mit unnötigen, ineffizienten Meetings. Produktivitätsverlust allein in Deutschland letztes Jahr 114 Millionen Euro. Allein in Deutschland letztes Jahr. Das ist eine gute Nachricht, weil stell dir mal vor, wir schaffen es, aus diesem E-Mail-Wahnsinn rauszukommen. Dann haben wir ein irres Produktivitätspotenzial und vor allen Dingen gewinnen wir extrem viel Zeit. Jeder für sich und natürlich auch die Wirtschaft. Und wir brauchen diese Zeit so dringend wie nie zuvor. Denn die KI-Revolution ist bereits da. Die geht ab mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Und ich habe letzte Woche viele, viele Vorträge gehalten und habe die Menschen mit einem Maximum an Dringlichkeit, zu der ich verbal fähig bin, aufgerufen, das E-Mail-Hamsterrad zu verlassen und Zeit zu gewinnen, um sich mit den neuen KI-Tools zu beschäftigen. Und ich verstehe es ja so sehr. Kein Mensch hat Zeit. Wir sind alle erschöpft nach diesen letzten herausfordernden zwei, drei Jahren mit Pandemie, mit einem Krieg in Europa und, und, und. Jetzt ist aber der Punkt, die Frage, ob wir uns Zeit nehmen für die KI-Revolution und Evolution, die stellt sich nicht. Diese Evolution ist dringend notwendig, denn künstliche Intelligenz ist die größte Herausforderung, vor der sich die Menschheit jetzt befindet und die sie sich auch selber gebastelt hat. Und ob man Zeit dafür hat, die Frage stellt sich nicht. Ich weiß, ich höre das bei meinen Kunden, die sagen, Top-Manager, sagen mir letzte Woche, ich sehe es. Ich sehe die Gefahr. Ich sehe die Herausforderung. Das wird alles verändern und nicht morgen, sondern übermorgen. Und übermorgen ist ja übrigens übermorgen. Aber ich kann nicht, ich kann nicht noch einen Fokus auf so ein immenses Thema legen. Ich schaffe es einfach nicht. Und genau das ist der Grund, warum ich in der letzten Ausgabe einen Deep Dive zum Thema künstliche Intelligenz gemacht habe, um dir einfach alles weiterzugeben in komprimierter Form, was ich zur Zeit von dem Thema halte und was ich weiß, wo ich Chancen sehe, die man ergreifen muss und Gefahren, die man kennen muss. Und ich lade dich am 6. Juni zu einem kostenfreien Webinar zu dem Thema ein. Titel ist Werde fit für die KI-Revolution. Und da teile ich mit dir binnen 45 Minuten alles, was ich zum Thema und über die Tools und wie man sie smart anwenden kann, in Klammern und auch muss, in den vergangenen fünf Monaten gelernt habe und noch lerne. Wenn du rauskommst aus dem Hamsterrad der E-Mails, dann gewinnst du Zeit. Ich teile mit dir heute 20 Best-Practice-Tipps der letzten zwölf Jahre meiner eigenen digitalen Evolution und fast jeder dieser Tipps hat die Kraft, wenn du den anwendest, dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zu sparen. Und eine halbe Stunde Zeit sparen, jeden Tag, das heißt, auf ein Jahr hochgerechnet, Du gewinnst dadurch 22 volle acht Stunden Arbeitstage oder elf, sechzehn Stunden Wachtage, die du in Freizeit und Lebensgenuss investieren kannst. Also, mein Ziel ist heute, meine Tipps sollen dir 30 Minuten Zeit bringen. Mein Tipp wäre, Zusatztipp, investiere die Hälfte davon bitte in das Thema künstliche Intelligenz und natürlich intelligenter Umgang mit künstlicher Intelligenz. Damit dir das leicht fällt, habe ich ein bisschen was für dich vorbereitet. Erstens, auf der Landingpage zu dieser Folge auf meiner Webseite habe ich einen E-Mail-Junkie-Test für dich programmiert, der gleichzeitig ein Crashkurs in Sachen E-Mail-Effizienz Best Practice ist. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, mache ich was Witziges so nach dem Motto, wie E-Mail-wahnsinnig bist du oder welcher E-Mail-Typ bist du. Das ist nice, aber es bringt ja nichts. Und jetzt habe ich erstmals eine Art Test gemacht zum Thema haben dich deine Mails im Griff oder hast du deine Mails im Griff und da besteht aus elf Fragen und zu jeder Frage gibt es entweder ein Lob, weil du es eh schon super machst auf Best Practice Niveau oder es kommt ein Tipp, wie du dein eigenes E-Mail-Verhalten noch optimieren kannst, um aus der Mailflut rauszukommen. Dieser Test sei dir ans Herz gelegt. Elf Fragen kostet dich drei Minuten Zeit und ist gleichzeitig ein Crashkurs, ein interaktiver Crashkurs in Sachen E-Mail-Best Practice. Link findest du in den Shownotes. Das zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe dir eine Liste angelegt mit 22 Best Practice-Tipps zum Thema. Diese Liste kannst du ergänzen durch deine eigene Best Practice. Du kannst sie ausdrucken, du kannst sie dir auf den Schreibtisch kleben, du kannst sie in Sichtweite deines Arbeitsplatzes hängen. Natürlich kannst du diese Liste auch per E-Mail teilen. Schließlich klebt man ja ein Pflaster auch genau darauf, wo es weh tut und nicht woanders hin. Und meine Idee ist, mit dieser Liste könntest du eigentlich auch ein Meeting machen zum Thema Wie kommen wir raus aus der E-Mail-Flut? Wie können wir in Zukunft besser und weniger mailen? Das gibt es heute zum Mitnehmen in dieser Folge. Und jetzt lass uns doch ganz konkret dem E-Mail-Wahnsinn auf den Leib rücken. Ich finde ja, dass wir im Jahr 2023 überhaupt noch über das Thema Mail-Flut und E-Mail-Wahnsinn diskutieren müssen, zeigt, leider, wie sehr, und wir sprechen hier von Jahrzehnten, die menschliche Evolution der Evolution der digitalen Technologie hinterherhängt. E-Mails sind so eine Art öffentlich-rechtliches Fernsehen in der Kommunikation. Ein anachronistisches Medium per se und trotzdem ist es immer noch das Hauptmedium in der Kommunikation der meisten Unternehmen, obwohl die Unternehmen wissen, es ist ein Burnout-Treiber und ein Produktivitätskiller und ein Arbeits- Vernichtungs- Spaß- Instrument, Arbeits- Spaß- Vernichtungs- Instrument, Stichwort CC-Setzer sind Petzer. Was gibt es für Alternativen? Wie gesagt, erstmals ist die Mail als Medium nicht schuld daran, was der Mensch draus macht, aber es ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Medium einzusetzen als Hauptbestandteil der internen und externen Kommunikation. Alternativen, die ich dir empfehlen kann, wären zum Beispiel eine Kombination aus dem Projektmanagement-Tool Asana in Kombination mit Slack. Also die Leute rausholen, aus den Mailboxen, aus diesem Absender und zeitgetriebenen Medium reinzuholen in eine kollaborative Web-Plattform, bei der die Qualität und das Thema im Vordergrund stehen und nicht der Absender und der fehlende Anhang. Natürlich kann man das auch machen in der Microsoft-Welt, wenn man die mal neu aufsetzt und entschlackt und die Leute da rausholt aus dem Wahnsinn von Teams, Chats und E-Mails, dann kann man das in jeder Art von Umgebung machen. Will dir sagen, es gibt genug neue Tools, die sind so vielfältig und so flexibel wie die Möglichkeiten, die wir brauchen, um unsere individuellen Geschäftsanlässe, unsere Projekte und Kommunikation digital abzubilden. Nur die Mail per se, die gute olle Mailbox, die ist digitale Steinzeit und muss per se hinterfragt werden. Das wäre der potenteste Tipp gegen E-Mail-Wahnsinn. Ich weiß, dass das nicht leicht umzusetzen ist, aus unternehmensarchitektonischen Gründen, die IT betreffend und, 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 und. Also sage ich das nur als Vorwort und jetzt gibt es meine 20 Best-Practice-Tipps, die dir persönlich und die in Summe natürlich auch unternehmerisch helfen, um aus der E-Mail-Flut rauszukommen. Nimm so viel du tragen kannst. Habe ich gesagt, es gibt 20 Tipps? Ich glaube, es sind 22. Schauen wir mal. Ich bin total schlecht mit Zahlen, aber auf die Zahlen kommt es ja nicht an. Stichdort Quantität. Hauptsache die Qualität stimmt. Und ich hoffe, die stimmt, denn das sind die Tipps, die ja in dem Laufe, ich würde sagen, in meinen letzten 15 Jahren sich als die wichtigsten und besten und effizientesten, kurzum als Best-Practice gegen E-Mail-Wahnsinn herauskristallisiert haben. Erstens, du arbeitest nicht bei der Post und auch nicht als Schreibkraft, oder? Zweitens, ergo könnte man jetzt sagen, Der Mail-Post-Eingang ist nicht dein Arbeitsplatz und du bist kein E-Mail-Server, auch wenn sich deine Tätigkeit manchmal so anfühlt. Das muss man sich immer und immer wieder bewusst machen. Bringt uns zu Punkt 3. Du wirst fürs Denken und fürs Handeln bezahlt, nicht fürs Mailen. Heißt im Umkehrschluss, es ist deine erste Aufgabe, dir Zeit zu schaffen, um zu denken und zu handeln, also aktiv und proaktiv und rauszukommen aus diesem reaktiven Verhalten, das darin besteht, immer Mails zu checken und das dann zu priorisieren, was in deiner Mailbox ist und aber vielleicht nicht auf deiner Agenda steht. Bringt uns zu Viertens. Deine Inbox, deine Mailbox ist keine To-Do-Liste. Aufgaben- und Ideenmanagement brauchen Freiraum, keine Box und schon gar keine E-Mail-Box. Fünftens, das ist ein toller Tipp für Unternehmen. Der Trend geht dahin, ich hoffe und wünsche dir, dass du beim Unternehmen arbeitest oder das selber in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Fünftens, E-Mail-Sperrzeiten werden unternehmensweit automatisiert. Das heißt, von der IT wird ausgesteuert, wann Mails versendet werden und wann nicht. Und es gilt hier, es werden prinzipiell keine Mails mehr versendet nach Feierabend, am Wochenende, an Feiertagen und auch im Urlaub ist mailfreie Zeit ein Menschenrecht und deswegen werden im Urlaub keine Mails mehr zugestellt. Sechstens, Nachrichtenfrei ist das Neue nicht rauchen. Das heißt, schalte alle Push-Mitteilungen aus, damit du dich vor deinem eigenen Dopamin-Junkie schützt, denn sobald du merkst, da ist eine neue Mail, wird dein Belohnungszentrum aktiviert und du willst nur ganz kurz mal gucken, ist es was Schönes oder was Schreckliches. Erspar dir das und schalte die Push-Nachrichten jeglicher Art ab, die dir sagen, da ist eine neue Mail. Keine Push-Info mehr darüber, ob was Neues eingegangen ist. Ruf Mails immer erst dann ab, wenn du Zeit und Hirn dafür hast, in einer fix definierten Zeit. Tipp Nummer 7, fixe E-Mail-Öffnungszeiten einführen und einhalten. Drei E-Mail-Öffnungszeiten am Tag sind Best Practice, wenn du Angst hast, was zu verpassen, wenn FOMO bei dir noch nicht JOMO the joy of missing out ist, dann machst du fünf Mail-Checks am Tag, starte mit alle 90 Minuten. Wichtig ist zu beginnen, die Mailbox zu schließen und sie nur dann zu öffnen, wenn man wirklich Zeit hat, Mails zu machen. Achtens, mach vor jedem Senden den sogenannten Mimosentest. Frag dich, bevor du eine Mail absendest, würdest du dich jetzt freuen, deine eigene Mail zu erhalten, um diese Uhrzeit, an diesen Verteilerkreis, mit der Betreffzeile und mit diesem Inhalt. Empfängst du diese Mail, die du jetzt gleich schicken wirst, als wertschätzend? Und ist sie auch wertschöpfend? Hast du das beste, menschlichste und effektivste Medium für deinen Kommunikationsanlass gewählt? Das war Tipp 8, der Mimosentest. Tipp Nummer 9, niemals in Rage antworten. Niemals. Immer eine Nacht drüber schlafen, nicht verhandelbar. Immer. Zehntens, erst der Anhang, dann der Text. Nichts ist so unproduktiv wie der fehlende Anhang in der Mail an einen Verteilerkreis von mehr als einer Person. Das ist Produktivitätsvernichtung auf dem kürzesten Weg im größten Stil. Elftens, BCC ist Mobbing. Punkt. Zwölftens, beim Mailschecken einfach mal das Atmen nicht vergessen. Studien belegen, dass man unbewusst die Luft anhält, weil man Angst hat, dass es was Schreckliches ist und man nennt diesen Zustand E-Mail-Apnö. Und das stresst und bringt uns zu Tipp 13. Die Angst, dass Mails schlechte Nachrichten bringen, erhöht permanent deinen Cortisol und deinen Stressspiegel dadurch. Dagegen hilft deine innere Stimme. Sag dir, ich bin neugierig, was der Chef schreibt, anstatt hoffentlich schreibt der Chef nichts Schlimmes. Merkst schon, oder? Ganz anderes Stressniveau, wenn du sagst, ich bin neugierig, was der Chef mir gerade schreibt, anstatt hoffentlich schreibt der Chef nichts Schlimmes. Und das beeinflusst deinen Stresslevel. Vierzehntens, das Leben ist zu kurz, um Mails zu löschen. Punkt. Fünfzehntens, wer sofort auf eine Mail antwortet, outet sich dadurch als unterbeschäftigt und als digitaler Dopamin-Junkie. Sechzehntens, in CC-Setzer sind Petzer. Siebzehntens, Betreffzeile, betrefft Ziele, die müssen in der Betreffzeile stehen. Wer, was, wann, wo, bis wann, warum, das muss in die Betreffzeile, auf einen Blick muss dort zu sehen sein, um was es geht. Achtzehntens, wer E-Mails sät, wird E-Mails ernten. Das heißt, je weniger du schickst, Quantität runter, Qualität drauf, mehr Menschlichkeit in den Text und weniger Mails per se. 30% weniger senden heißt, 30% weniger empfangen. Neunzehntens, ein Telefonat kann 100 Mails ersetzen. Ich schwöre es, probiere das mal aus. Wenn es wichtig wird, wirklich anrufen. Bringt uns zu zwanzigstens, Persönliches immer persönlich, Auge in Auge. Auch ein Videocall ist Auge in Auge und einer Mail vorzuziehen, wenn es um Lob und Kritik oder vielleicht um einen kleinen Flirt geht. 21. Effizienter und zeitgemäßer als jede Inbox ist eine webbasierte Projektmanagement und Kommunikationsplattform. Da lohnt sich mal die Recherche. Neue Tools dazu wären zum Beispiel Asana und Slack oder generell ein smartes, verschlanktes Business-Intranet. Und jetzt kommt der Tipp Nummer 22. Mein absoluter Lieblingstipp. Die beste E-Mail ist die, die du nicht schreibst. Das war's für heute. Lad dir gerne die Liste mit den 22 Tipps runter. Mach den Mail-Junkie-Test und gönn dir damit binnen drei Minuten einen Crashkurs in Sachen E-Mail-Effizienz Best Practice und wenn du tiefer einsteigen willst, gibt's auf meiner Webseite auch noch das ganze Kapitel E-Mail-Wahnsinn kostenfrei aus Mail halten für dich. Ah, einen hab ich noch. Die KI-Revolution. Da war doch noch was. Wenn du fit werden willst für die künstliche Intelligenz, komm am 6. Juni in mein Webinar. Ich düse heute nach Österreich. Ich freu mich auf einen TV-Talk mit einer Ikone des österreichischen Fernsehjournalismus. Es wird aufgezeichnet. Ich nenn dir den Sendetermin. Ich hab Vorträge nächste Woche. Ich promote das Webinar. Damit will ich dir nur sagen, melde dich schnell an, wenn du am 6. Juni live hier bei mir in meinem Home-Studio dabei sein willst, um zu lernen, wie du mit natürlicher Intelligenz die künstliche Intelligenz in den Griff kriegst. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Bis nächsten Mittwoch und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online. in an ein an an kind